Wenn ein Politiker Opfer von Gewalt wird, geht innerhalb von Stunden die Bundesregierung auf die Straße und demonstriert gegen diese Gewalt. Wenn es irgendeinen normalen Bürger mal wieder erwischt, nichts, nur schweigen. Darüber berichten wir heute, deswegen schauen Sie sich dieses Video bis zum Ende an, abonnieren Sie Achtung Reichelt und teilen Sie dieses Video mit all den Menschen, die Sie kennen und lieben. Los geht's! Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. In diesen Wochen des Europawahlkampfes, in denen Politiker viel Zeit auf der Straße verbringen, draußen bei den Menschen im Lande, wie es so schön heißt, machen eben diese Politiker eine bittere Erfahrung, die Millionen Bürger nahezu jeden Tag machen. Im Lande ist es draußen nicht mehr sicher, besonders nach Einbruch der Dunkelheit. Politiker von SPD, Grünen und AfD wurden in den letzten Tagen unvermittelt angegriffen, verprügelt, verletzt, krankenhausreif geschlagen. Um es klar zu sagen, Schadenfreude verbietet sich hier. Anständige Menschen ergötzen sich niemals an Gewalt. Unsere Demokratie nimmt Schaden, wenn die politische Auseinandersetzung gewalttätig geführt wird. Jeder vernünftige Mensch sieht das so. Allen Politikern von SPD, Grünen und AfD, die bei Angriffen verletzt wurden, wünschen wir rasche Genesung. Aber um auch dies klar zu sagen, Politiker bekommen in diesen Tagen tragischerweise genau das zu spüren, was viele von ihnen viel zu oft bestreiten. Kleinreden und verharmlosen. Nämlich, dass unser Land von nie dagewesener Verrohung und Gewalt geplagt wird. Es vergeht kein Tag, an dem nicht arglose Menschen überfallen, zusammengeschlagen, niedergestochen, vergewaltigt oder gar ermordet werden. Viele dieser Taten wurden durch eine lebensgefährliche falsche Migrationspolitik begünstigt. Die Täter sind dramatisch überproportional Ausländer. Die meisten von ihnen hätten niemals in unser Land kommen dürfen oder hätten es längst wieder verlassen müssen. Auf deutschen Friedhöfen liegen viel zu viele Menschen, die ihren Mördern niemals hätten begegnen dürfen. Wenn die Täter amtlich Deutsche sind, dann ist es nicht mehr erwünscht, nach den Vornamen zu fragen, weil das offenbaren würde, was wir alle ohnehin längst wissen. Der überwältigende Anteil der Gewalt kommt aus Parallelgesellschaften über uns. Jeder Polizist im Land kann das bestätigen. Das hier ist Martin. Martin wurde nur 30 Jahre alt. In der Nacht zum 1. Mai gegen 0.50 Uhr wurde Martin an einem Kiosk in Paderborn von mehreren Männern angegriffen. Und das hier sind die Täter, nach denen die Polizei gesucht hat. Ein Marokkaner und ein Tunesier. Sie waren mehrere Tage auf der Flucht. Offiziell sind sie 17 und 18 Jahre alt. Jeder Mensch kann sehen, dass das gelogen ist. Einer der Tatverdächtigen soll Martin mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Als Martin am Boden lag, sollen die arabischen Männer ihrem Opfer mehrfach gegen den Kopf getreten haben. Martin wurde so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte ihn noch am Tatort reanimieren mussten. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde Martin ins Krankenhaus eingeliefert. Dort starb er am vergangenen Freitagabend gegen 17.30 Uhr an irreparablen Hirnschäden und einer Hirnblutung. Die Täter haben sich der Polizei gestellt. Nicht unmittelbar nach der Tat, sondern fünf Tage später. Aufgrund ihres angeblichen Alters, 17 und 18 Jahre alt, werden sie nach Jugendstrafrecht vor Gericht gestellt werden. Das heißt, in wenigen Jahren werden sie wieder raus sein und mit dann offiziell Anfang 20 ihre Karriere im Bürgergeld beginnen. Mit Zuverdienstmöglichkeiten in der organisierten Kriminalität. Wir alle werden mit unserer Arbeit das Leben dieser Killer finanzieren. Sie haben in den deutschen Medien so gut wie nichts über den Fall über dieses sinnlos geraubte Leben gesehen oder gelesen. Über solche Fälle wird kaum berichtet. Es sind zu viele geworden. Und sie passen vielen Journalisten nicht in ihr linksgrünes Weltbild. Schon gar nicht, weil es eben so viele geworden sind. Kein Politiker der Bundesregierung hat sich zu diesem Mord geäußert. Schon gar nicht, nennt sie Faeser, die immer wieder behauptet, die größte Gefahr in diesem Land drohe von rechts. Wenn wir von politischer Gewalt sprechen, dann müssen wir endlich auch über die Gewalt sprechen, die aufgrund von verfehlter Politik zu uns eingewandert ist und weiterhin Tag um Tag zu uns einwandert. All die unzähligen Opfer sind Opfer von Politik, aus der Gewalt erwuchs. Politische Gewalt ist nicht nur Gewalt, die politisch motiviert ist, sondern auch Gewalt, die politisch herbeigeführt worden ist. Die wahre Epidemie der Gewalt trifft das Volk, nicht die Volksvertreter. Das soll Angriffe auf Politiker niemals verharmlosen, aber doch ein wenig Kontext hinzufügen. Es gibt inzwischen richtige und falsche Opfer, richtige und falsche Täter. Passen Opfer oder Täter ins Weltbild, dann lassen Politik und Medien das Land vor Empörung erbeben. Passen Opfer oder Täter leider nicht ins Weltbild, erleben wir schändliches Schweigen. Wenn wir schon immer über Spaltung reden, dann müssen wir festhalten, es ist die linksgrüne Regierungspolitik, die das Land aufteilt in Opfer, die Mitgefühl verdienen und Opfer, die schlicht missachtet werden. Die Regierung handelt entlang einer Opferhierarchie. Es gibt wertvolle und wertlose Opfer, also wertvolle und wertlose Menschen. Martin aus Paderborn ist in dieser zynischen Politlogik ein wertloses Opfer, weil er weiß ist und nach linker Logik damit kein Opfer von Rassismus sein kann und weil die Täter junge arabische Männer sind und nach linker Logik somit eine Bereicherung für das bunte Deutschland der Zukunft. Für Martin wird Ricarda Lang keine Rede halten, nicht demonstrieren und keine Kerze anzünden. Martin wird erst verschwiegen und dann vergessen werden, als eines von unzähligen Opfern der unkontrollierten Migration. Matthias Ecke hingegen ist in dieser kranken Logik der Opferhierarchie ein gutes und wertvolles Opfer. Ecke ist SPD-Politiker, wurde am vergangenen Wochenende von einer Gruppe Teenager in Dresden krankenhausreif geprügelt, als er gerade Wahlplakate für die Europawahl aufhängen wollte. Ein aufrechter Sozialdemokrat im düsteren Sachsen, ein Opfer verroter Sprache der Rechten. Es dauerte nur wenige Stunden, da hatten die Regierungsparteien zur spontanen Demo in Dresden und in Berlin gerufen. Um sich diesem Angriff auf unsere Demokratie tapfer entgegenzustellen. SPD-Politiker beschworen schon ein neues Drittes Reich und wörtlich Konzentrationslager hinauf. Bis sich der 17-jährige Täter mit seiner Mami bei der Polizei stellt. Inzwischen sind alle vier Täter gefasst oder ermittelt. Mittlerweile ist den Ermittlern die ganze Gruppe bekannt. Ich zitiere aus der Polizeimeldung. Bei den vier Beschuldigten handelt es sich um junge Männer deutscher Nationalität im Alter von 17 bzw. 18 Jahren. Natürlich ist ein Angriff auf einen Politiker auch immer ein Angriff auf die Demokratie, wenn der Angriff politisch motiviert war. Aber genauso ist es doch ein Angriff auf die Demokratie, wenn unschuldige Menschen als Folge einer Politik ermordet werden, die nie eine Mehrheit im Land gehabt hat. Eine Politik gegen die Mehrheit. Doch dieser Angriff wird vom links-grünen Lager nicht beklagt, sondern weiter befördert. Millionen Menschen spüren und erkennen diese Bigotterie. Innenministerin Nancy Faeser will nun die Landesinnenminister zu einer Sonderkonferenz einberufen. Sogar die Tagesschau berichtet. Bundesinnenministerin Faeser will Sonderkonferenz der Innenministerinnen und Minister in der kommenden Woche. Wie der Tagesspiegel berichtet, habe sie eine entsprechende Bitte an den Vorsitzenden der Innenministerkonferenz gerichtet. Angesichts der Gewaltattacken, wie auf den SPD-Politiker-Ecke, soll hier über weitere Schutzmaßnahmen beraten werden. Nach dem brutalen Angriff auf einen SPD-Politiker in Dresden sollen die Innenminister von Bund und Ländern schon sehr bald über Schutzmaßnahmen beraten. Wie der Tagesspiegel unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser eine Sonderkonferenz in der kommenden Woche angeregt. So heißt es noch einmal bei der Tagesschau. Man kann eine solche Konferenz und Schutzmaßnahmen für Politiker durchaus für richtig und sinnvoll halten. Aber man muss auch klar sagen, dass es eine solche Konferenz und weitere Schutzmaßnahmen noch nie nach Angriffen auf AfD-Politiker gegeben hat. Obwohl sie seit sechs Jahren auf Platz eins der am häufigsten angegriffenen Politiker liegen. Nancy Faeser hat angesichts der explodierenden Gewalt im Land keine Sonderkonferenz einberufen. Nicht gegen die Epidemie der Messer, nicht gegen migrantische Gewalt, die außer Kontrolle ist. Kein Einzelfall, kein Islamistenmord war ihr je alarmierend genug für eine solche Sonderkonferenz oder weitere Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung. Kein Bürger war Nancy Faeser je ein solches Sondertreffen wert. Auch die Islamisten, die bei uns das Kalifat ausrufen wollen, reichten nicht für eine Sonderkonferenz. Jeder Mensch kann es sehen, Nancy Faeser bewertet Gewalt danach, ob sie ihr politisch in den Kram passt. Der Bundesjustizminister Marco Buschmann gibt sogar erstaunlich offen zu, dass er Opfer in Gruppen aufteilt. Auf Ex schreibt Buschmann, und ich lese es Ihnen vor, Gewalt hat in der politischen Auseinandersetzung nichts zu suchen. So weit, so richtig. Sie muss uns alle umtreiben. Denn jeder seriöse Demokrat könnte der Nächste sein. Was Buschmann hier sagt, ist dies. Wer aus seiner Sicht nicht seriös ist oder kein Demokrat, was auch immer er damit jetzt genau meint, der kann auch nicht das nächste Opfer sein. Um Opfer sein zu können, muss man vom Bundesjustizminister als seriös eingestuft werden. Wer aus Buschmanns Sicht nicht seriös ist, der kann auch nicht Opfer werden. Wenn der oberste Hüter der deutschen Justiz Menschen in solche Kategorien einteilt, dann, das wissen wir alle, wird es gefährlich im Land. Ricarda Lang schreibt auf Ex. Jetzt ist auch jeder Einzelne gefragt. Übersetzt bedeutet das, wer nicht mitmacht, der macht sich verdächtig. Zeigt Zivilcourage im Netz und auch auf der Straße, fordert Ricarda Lang. Die Wahrheit ist, auf der Straße Zivilcourage zu zeigen, kann inzwischen schnell mit einem Messer zwischen den Rippen enden, wenn man nicht, wie Ricarda Lang, von bewaffneten Polizisten beschützt wird. Hier sehen Sie, wie Ricarda Lang gestern am Brandenburger Tor Zivilcourage zeigte, abgeschirmt von bewaffneten Beamten. Die neue herrschende Klasse ist davon überzeugt, dass es Zivilcourage ist, mit gepanzerten Limousinen vorzufahren und zusammen mit einer riesigen Menschenmenge auf einzelne Menschen einzubrüllen, die anderer Meinung sind. Hier sehen Sie, wie Luisa Neubauer und ihre Gefährten vor dem Brandenburger Tor singen. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, wehrt euch, leistet Widerstand. Gegen rechte Hetze hier im Land, auf die Barrikaden, wehrt euch, leistet Widerstand. Gegen rechte Hetze hier im Land. Was diese autoritären Nachwuchsaktivisten mit rechter Hetze meinen, ist vollkommen klar. Alles, was nicht links ist. Es geht Ihnen nicht um Matthias Ecke, es geht Ihnen darum, dass wir uns nicht mehr trauen, unsere Meinung zu sagen. Hier ist, was Robert Habeck, der grüne Vizekanzler, zu dem Angriff über den SPD-Politiker schreibt. Der Angriff auf Matthias Ecke und all die anderen Attacken auf Wahlkampfhelfer-Politikerinnen und Politiker zielen darauf ab, Menschen einzuschüchtern, ihnen Angst zu machen und sie zum Rückzug zu drängen. Aber ihr seid nicht allein. Lasst uns jetzt zusammenhalten. Robert Habeck hat auch ein Video dazu veröffentlicht. In seinem schönsten Schwarzhemd mit Schulterklappen. Schauen Sie. In jüngster Zeit sind immer häufiger Politikerinnen und Politiker Opfer von Angriffen geworden. Veranstaltungen werden gestört, beim Plakateaufhängen werden sie bepöbelt oder beleidigt, Stände werden angegriffen und jetzt ist auch noch Matthias Ecke, der SPD-Spitzenkandidat in Sachsen, krankenhausreif geschlagen worden. Diese Angriffe, sie sind kein Privatproblem. Sie gehen uns alle an. Interessant ist, wen Robert Habeck hier namentlich nicht erwähnt. Nämlich seinen grünen Parteifreund Rolf Vlies, immerhin dritter Bürgermeister von Essen. Vlies wurde nach einer Parteiveranstaltung letzte Woche ins Gesicht geschlagen. Ist es nicht irgendwie seltsam, dass Robert Habeck den SPD-Mann namentlich erwähnt, aber den Grünen weglässt? Woran könnte das wohl liegen? Die Antwort lautet auch hier. Vlies ist ein schlechteres Opfer, weil der Täter nicht ins linksgrüne Weltbild passt. Die WAZ berichtet dies. Zwei Männer, also Vlies und Gehring, hätten sich zunächst mit einer Gruppe von Männern unterhalten, die als arabischstämmig, südländischer Phänotyp, beschrieben werden. Dann sei die Stimmung gekippt. Der Geschädigte erhielt zwei Schläge mit der flachen Hand, einen gegen den Kopf, den anderen gegen den Hals, so ein Polizeisprecher. Ein grünen Politiker wird gegen den Kopf und gegen den Hals geschlagen in aller Öffentlichkeit und Robert Habeck erwähnt ihn nicht mal namentlich, wünscht ihm nicht namentlich alles Gute? Findet das niemand verdächtig? Glaubt irgendwer im Land, dass Robert Habeck seinen Parteifreund verschwiegen hätte, wenn der Täter ein Rechtsradikaler gewesen wäre? Natürlich nicht. Das ist die Opferhierarchie. Robert Habeck passen die mutmaßlichen Täter nicht in sein Weltbild. Deswegen verschweigt er das Opfer sogar dann, wenn es sich um seinen eigenen Parteifreund handelt. Paul Bressel ist Spitzenkandidat der FDP in Mecklenburg-Vorpommern für die Europawahl. Man kann nach den letzten zwei Jahren in der Regierung von der FDP wirklich halten, was man will. Aber Bressel ist ein mutiger Mann. Vor wenigen Wochen kritisierte er öffentlich den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger dafür, dass dieser auf Instagram den Gruß der Islamisten gezeigt hatte. Wir haben hier ausführlich darüber berichtet. Dann geschah Folgendes. Paul Bressel erhielt hunderte Drohungen von Islamisten, darunter auch glasklare Morddrohungen. Er musste von der Polizei beschützt werden, weil die Menschen, die sich für Deutschland ein Kalifat wünschen, ihn umbringen wollten. Und jetzt raten Sie mal, wer alles aus der Bundesregierung öffentlich Solidarität mit Herrn Bressel geäußert hat. Niemand. Exakt niemand. Politische Gewalt, sogar Morddrohungen sind in diesem Land von dieser Bundesregierung vollkommen akzeptiert, wenn sie von Islamisten ausgesprochen werden. Nancy Faeser geht es nicht darum, die Menschen in diesem Land zu beschützen. Es geht ihr nur darum, ihre eigene Macht vor den Menschen zu beschützen. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. adjacentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsentsents Untertitelung des ZDF, 2020